Hallo, mein Name ist Fabienne Dohny. Ich arbeite im Student Service Center der Fachhochschule Aachen. Mein persönlicher FH-Moment war die spontane Zusage an Weiber Fastnacht dieses Jahr, als mir angeboten wurde, mit auf dem Karnevalswagen mitzufahren. Das war schon immer ein großer Traum von mir, einmal im Zoch mit dabei zu sein. Und was ganz schön ist, ist, dass man mit den Menschen, mit denen man tagtäglich zusammenarbeitet, die auch mal erlebt, wie die Gäck an Karneval unterwegs sind. Und das war mein persönlicher FH-Moment.